Ich geh durch Briefing. Ne, ich geh... Mit dem Pumpen-Spieler, alter, dieser Noob-Spieler hier. Alter! Schön. Alter! Ah, im Gang, Dom, im Gang! Wieviel sind hier oben, alter? Ich weiß es nicht. Schön. Ich glaub, du kannst droppen. Mach mal... Mach jetzt bissl Hack-Mack-Jungs, bissl schnell, Mann. Weil... Obwohl... Draufgeschissen, die zwei... Wartet lieber auf E-Singer. Noch bissl Zeit rauskohlen. Einer spinnte. Jäger spinnte und der letzte im Raum. Gut. Sag mir nur, wer da rauskommt, ne? Naja... Schön, letzter im Raum. Wo? Ist auf Ping. Ah, und dann verkacke ich natürlich mit dem Aiming, alter. Wenn er nachgeht, jetzt! Oh, der hat... Ach so! Du bist gar nicht mehr drin, ne? Die sind nicht alles... Zuwünscht! 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 Gäbe zuwünscht, Alter! Wo sind wir drin? Wo sind wir drin? Wo sind wir drin? Wo sind wir drin? Wir sind im Modus drin. Verstehst du nicht? Oh, ich hab Dropper nicht gemacht, alter! Ähm... Alles klar! Das war richtig Brain-Off kam und nicht so die zweite Zug. So arg kacke, alter! Äh, hätte einfach nur keinen Bock! Ich geh doch eh hoch, alter! Ja, dann wolltest du dich lieber besser positionieren. Wie sie will seine 10 Punkte! Wie sie will seine 10 Punkte! Wie sie will seine 10 Punkte! Schön Bibi! Du hast immer noch keine Rüstung, ne? Schön! Geh def, geh def! Hä? Ich werde mich verarschen! Wo sind die so schnell hergekommen, alter? Wo sind die so schnell hergekommen, alter? Wo sind die drin? Jakkal Jagu Ich habe es fett aufgemacht. Dieses Window? Was ist denn das, Alter? Da sind 5 Leute in Spinte, Mann. Alles klar. Ist Briefing Ruhe? Äh, Klim? Briefing ist klar, aber vor der Tür ist ja egal. Da kommt es raus. Schön. Wo? Das ist doch eine Spinte. Weiß man das? Newt ist tot. Alter, mein Aiming. Das war grüppelig, Alter. Nein, warum sieht man das auf der Killcam, Alter? Nein. Jungs, ich werde die ganze Zeit markiert. Ich raste gleich aus. Jungs, ich bin... Ich weiß nicht von wo. Hat jemand von euch das Window aufgemacht? Twitch vielleicht. Oh, das wollte ich gar nicht. Schön. Schön, Sniper. Jetzt sind die schon Spinte irgendwie rüber. Oder wenn ich so abämt, sehe ich die. Ok. Ok. Schön. Kapkonfall ist noch da. Nicht weiter. Ich habe nur eine letzte Operator vor dem Fall. Nichts bei der Tür, bro. Hm-hm. Sie haben versucht, die Brüder zu schützen. Die ist Half-Life. Hä, wie können die denn meine... Na, da würde ich halt nicht gucken sollen. Dann snappe ich back. Wendest du? Beendet. Ah, da ist noch eine, Mann! Ganz oben, habe ich in der Hand. Schön, Esel. Schön. Darum geht's B2-Def, Alter. Nicht noch mal ein Strenzer. Warte. Ich habe aufgemacht. Oder was meinst du? Ne, ich habe das Verlierer aufgemacht. Bei BB ist jemand. Genau, Fingst, einfach jetzt nicht mehr. Ich hole ihn dir. Egal, doch mal eben ab, Alter, du hast noch eine Minute Zeit. Eine, einen Mitgele Operator,enfeierst du. Eine, noch mehr Operator, oder? Schön. Ich bin leer. Ich bin leer. Nein! Das war ein Schiff. Ich bin ein, Mann übergebt. Ich bin sicher. Ich bin Patrizę. Ich denke schon. Ja. Nein! 20 AP. Okay. Man hört sogar den... ...einen Schuss. Nee. Das ist der Störsender die ganze Zeit, diese Tricks drohen. Was? Von wo die wiederkommen? Floor Reinforcement complete! Seht die da auch? Ey, oben ist einer. Drittes Stock. Der hat mich ange... ...snackt. Kommt hier rein. Jungs, ich brauche Hilfe hier, Montagne bei mir drin. Ich bin eingekesselt. Wo? Bei mir, Jungs. Ich brauche Hilfe. Ich brauche dringend Hilfe. Okay. Hey, Bibi, Bibi, helf mir mal. Na gut. Er muss nachladen, muss nachladen. Er muss nachladen. Schön. Schön, Scam. Das sieht doch so geil aus. Das sieht doch so geil aus. Ist der im Raum, der Schranker? Ja. Nee, ich weiß dann, wo der ist. Ich wollte nur wissen, ob das seine Schüsse ist. Ich hab die Echo Drohne, Jungs. Ich... Fuck, Mann. Ist Briefing clear? Ja, Mann. Ja. Ich werde mich gerade verarschen, Alter. Schön, Sniper. Ja. Wie ich in seinen Schuss reinlaufe. Schön. Schön, ne? Ja. Also, Droppen... Ich wollte gerade sagen, Alter. Vor allem Montagnier kann da sogar mit ausgefahren im Schild droppen. Easy hat mir gar nicht kraftlediert. Am Ausstattnis. Nachträglich, du Spast. Mute unter Schranker im Raum. Was macht er denn, Alter? Was macht er? Er ist der schlechteste Montagnier ins Kiel, Mann. 50 Sekunden. 50 Sekunden. Jurgen du... Gitzen. Mit dem Schick. Stimmt. Oh, ja. Ja! RIP! Ja, das hat man gleich getroffen. Ja, das hat er nicht getroffen. Ja! Guck! ... ... Five seconds and counting. Razor wire is deployed. Os4 has located the biohazard container. Task cleared. Target located. Anishiai jammer. Anishiai jammer. Abtwitch Drohne. Ich lebe nicht, nein, einfach lebe nicht. Schön. Ist oben komplett clear? Ich glaube ja. Twitch ist low. Twitch ist tot. Hey, Moment mal, Alter. Mattenraum ist jemand. Zwei Stück Mattenraum oben. Ja. Letzten beide oben hat der Raum. Wenn ihr die Außentreppe checkt und die Innentreppe habt ihr es. Easy, mach du bitte die Außentreppe. Bleib so, David. Wenn ihr es so macht, habt ihr Montag nicht gucken, wie ihr sie nicht gucken. Okay. Schön, letzte Treppe. Ja, warum merken wir nicht hier? Links im Raum. Wenn ihr es so macht, habt ihr es nicht mehr in der Stachel dran. Schön. auf die dritte die vierte easy easy ja ich hab alle Bandit-Batterien Jungs, Frau Hilfe Jungs, verletzt oben verletzt oben alles klar, sie kommt um hä, macht ihr die nicht noch, oder? so, die ist da auf ah, es sind fünf Leute da, man es regt mich so auf, man ah, ja, jetzt müssen wir dem Huren so zugucken, alter kann man den Kick was, ich kann nicht mal Scoreboard benutzen, grad, alter ah ah jemand hätte mir den Kopf schießen sollen man was nicht gemacht naja, weil ich gestorben bin, man so wie wir alles Trillo Max ist safe, Diamond naja, vor allem er stirbt nicht, alter ich krieg ihm fünfmal in den Kopf, man da fände ich jetzt ein Gefecht Bibi hat einen Kill aus fucking neun Runden, man also echt zwei, alter rap ich bin ja jetzt da, Leute ich bin nicht da komische bei kommt im der im den v da Bis zum nächsten Mal.